Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Channel Als Ersatz für Primal Carnage Wir spielen heute Orion Prelude Und hier haben wir das kleine Menü Ich bin eigentlich relativ begeistert von diesem Spiel Ich gehe mal auf Find Game Wir suchen uns jetzt mal einen Server aus Gemeinsam suchen wir uns einen Ich würde hier eigentlich gerne erstmal als Easy spielen Weil ich ja noch so ein bisschen Noob bin Und ich habe das gerade mal nur 2-3 Mal gespielt bislang Aber ich bin relativ nicht schlecht Sagen wir es mal so Und Connect Connect Oh Ladebildschirm Das sind unsere Das ist im Übrigen das neue Ladebildschirm Ladebildschirm Ah schön Getting hit to boulders Try rolling by holding C Ja ich merke mal das garantiert Oh alter Ladebildschirm Ladebildschirm Ich muss nur ganz ehrlich sagen Als ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe Hat es ein bisschen gelegt Aber das liegt am Spiel selber offensichtlich Und ich bin gespannt wie es heute werden wird Ich habe auch keine Ahnung wie lange die Folge gehen wird Ich muss sie so oder so kürzen Weil ich mache ja keine Folgen mehr die länger sind als Ah Oh You're connecting to the horse has been lost Das ist schön So muss man einen anderen Server Ja Ja Okay nochmal Play find game Soll ich vielleicht in den Raupi gehen Aber Medium Ich weiß nicht Vielleicht Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Aber das ist Medium Leute Ich bin Noob Ich bin Noob in diesem Spiel Ich Ich treffe noch Komm wir probieren es nochmal Jetzt müsste es doch funktionieren Eigentlich kann ich ja noch hinzu joinen Weil es sind nur drei Leute drin Und Vielleicht machen wir in der nächsten Aufnahme dann mal Hallo Ladebildschirm So Ah so Wähle deine Klasse Wir haben einmal Raccoon Class Support Class Und diese Support Class Nehme ich immer Weil ich bin so das Support Typ Und ich habe keine Ahnung Wie Ich supporte Ganz ehrlich So ich gehe erstmal zu den anderen Das ist heute ein bisschen hakelig Ich hoffe das ändert sich noch Ich muss erstmal reinkommen hier Ich treffe erstmal gar nichts Scheiße Boah alter Ich hasse diese kleinen Viecher In der In der Primal Carnage Weil so muss man ja Nur drauf treten Also drauf hupen Sozusagen Drauf springen Alter Was hat denn der denn auf dem Kopf So ein Halloween Skin Ist ja geil Schön Was Gut Ach Die Welle ist schon um Ja das ist genauso wie Ähm Bei Primal Carnage Survival Es kommen hier mehrere Wellen Unten haben wir Ähm Eine Anzeige Dass der Generator Gerade offline ist Also in Zwei Minuten Und eine halbe Ähm Ich gehe mal kurz hier Durch Vielleicht sollte ich mir eine neue Waffe holen Oder Ich bin mir nicht sicher Was brennt denn da I don't know Okay C ist ducken Rolling Hat er nicht auch mal was von rollen gesagt Ich Ich frag gar nicht erst Was Ja ja Mach du nur Ich stehe hier nur so rum Alter Ey Super Ja kommt nur her Sauria Ich bin bereit Ich bin bereit für euch Ich muss ganz ehrlich sagen Ich bin die ersten paar Minuten glaube ich erstmal Total Noob Und das merkt man vielleicht schon Vor allem weil ich Nicht richtig Ziel kann ich Noob Aber umso öfter ich das sicherlich spiele Umso länger Wurde es natürlich besser Hier guck mal Schon mal unsere ersten Kills mitgenommen Ich Was war das gerade Nein Ich lebe Ich lebe Ich lebe Oh ich dachte ich sterbe jetzt Oh Was sind das für Achso das sind die Waffen Die What the fuck Ach stimmt der Dieser scheiß Lomo Ich Frag mich für Was das ist So Nein Overkill Damage Ist tot Ich hole mir das Riesenvieh dort oben Jetzt Was War das So Ähm Äh Oh Ein Krokodil Ehrlich Ein fucking Krokodil Ein Dinosuchus So schlecht ist die Flomo Gar nicht Boah alter macht mir das gerade echt Viel Spaß Aber es leckt Es leckt ein bisschen Ich verkrieche mich dort 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 Hahaha Die kommen hier gar nicht hin Hahaha Geil So Ja ja kommt nur her Ich werde euch von Ich werde euch von hier aus Töten Wo sind denn die ganzen anderen Mitspieler Ich kämpfe gegen die Riesenbiester Weißt du Und ihr Macht genauso viel Ähm Ja komm Oh Mensch Komm doch mal Komm ran Du Trezera Jetzt kommen wir mal auf die Raptoren Das Vieh Ich sag nichts Wir haben verloren Ach so Jetzt verstehe ich's Ich bin hier Support ne Ich glaube ich hätte zum Generator gehen sollen Kann das sein Ja woher soll ich denn das wissen Wenn ich das zum ersten Mal spiele Es wird ja auch nirgendwo gesagt Okay Wollen wir nochmal probieren Oder doch lieber Raccoon nehmen Raccoon Support ist Ah So Support Ich nehm' Support Vielleicht können wir so auch andere Leute dann retten Und ich verspreche ich geb mir jetzt doppelt Mühe So Aber ich mag diesen Effekt mit den Regen Wenn das Das find ich schön gemacht Muss ich ganz ehrlich sagen Und Orion Prelude Ist ja auch bloß Ersatz erstmal Bis die zweite Staffel Primal Carnage Die Old Version Weiter Was willst du von mir Alter Was willst du von mir Hau ab Ja hoppe hoppe Ich Ich bin Ich bin auf so vielen Ebenen Verstört Okay Ich weiß manchmal gar nicht was Jetzt haut doch nicht ab Mensch Teamwork Leute Teamwork We need to stay together Okay Die Welle beginnt in 40 Sekunden Ich sollte mir auch eine Waffe kaufen Gucken wir mal Was haben wir Ah hier die Durch Oh die ist gut Die hole ich mir Ich bin ja so ein Freund für sowas Secondary Come on Blah 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 Fly here die Track Nee Wohl Die müsste eigentlich gehen So Gut der Generator ist noch alles in Ordnung Und Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Go Und ich hoffe ich hab das grad synchron hingekriegt Weil ich hab da mit und so Okay Welle eins Incoming Ich höre schon Aber ich seh dort auch Ich treff hier nichts Ja ich muss Boah alter Voll das Den Kopf What Oh ich hasse diese Darf ich nachladen Danke Boah alter Luntst der mir hier ins Gesicht Gott Kann weiter gehen Von mir aus So was ist das hier Ah das ist so ne MG Oder wie Ich kenn mich mit Waffen absolut nicht aus Allgemein weil ich auch Shooter und so nie wirklich spiele Ich bin nie so der Freund dafür Ähm I'm ready I'm ready Ja So Ich hab da oben doch gerade Punkt Ach doch okay Ist schon tot Doch wir Dinos gerade mal gekillt Ja geil Ach So wir sind in der zweiten Runde Wir haben vier Delosaurier hier Dort oben stehen immer die Sachen Grits Sechzig Hundert Sechzig Dreißig Und XP 88 Schön man kann ja hier auch leveln Ich hab bloß keine Ahnung Oh alter die Waffen verziehen Ich bin hier Ich kann da so was kann ich gar nicht Deswegen bin ich nicht so der Freund für MG Omas attackiert Für mich Ich hasse diese kleinen Biester Kann man nicht einfach drauf treten und dann ist man tot Sind sie tot Ja guckste Wir haben ein recht gutes Team Wir haben Wir haben ein gutes Team Muss ich mal ganz ehrlich sagen Vielleicht kommt was Bis zum Ende Was soll ich tun Ja ich geh auch mal kurz ein bisschen hier Mal gucken So Ah Ich nehm mal doch die hier Die Autoshutgun So Soviel getan Aber ich nehm mal hier Double Up mit So Mal gucken Ob wir mit der Shotgun umkommen Umkommen Ähm Rumkommen Ach ich weiß nicht So Jetzt Hängen die doch alle So Ich guck Das Ja ihr macht schon ne Ich guck mal hier Hier hinten Hier hinten Hier sind sogar zwei Dilos Wann das gerade Dilos Ja hier 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 sind zwei Spucker So Wollen wir es Attraktieren Diese kleinen Mistviecher Hier Äh Oh ich Hats die So Sehr Man Wisch die So Scheiße Mit hinten Ich werde Alter So Ich guck mal Ob ich Irgendwas mit Da Schrocken Da Hinten Ne Ich erwischen Ne Ein Triceratops Kommt Okay Die kriegen wir hin Das kriegen wir hin Okay Wo ist er denn Wo ist er denn Was ist da für ein Zeichen Dort Ähm Ist weg Wo ist er denn Hä War er noch gerade da Jetzt ist er weg Ah da 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 Hab dich Wo sehe ich eigentlich meine Lebensanzeige Toll Leck dich doch So Warum hauen die denn dort ab Ich suche hier immer noch nach den Triceratops Da oben schwebt so ein Fliegevieh So ein Petri Gebe ich denn Yes Ja Willkommen Bobby kommt dort schon unten Klar Ich folge mal den anderen Wie lange dauert das jetzt Willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Channel Zum Walking Simulator 2015 Mit Pistolen in der Hand Take the objective Grenade Okay